Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fairytale. Weiter geht's. Neue Missionen gibt's glaube ich nicht. Ich kann sogar keine aktivieren. Was will sie denn jetzt? Ja, aber so behandelt zu werden ist auch nicht gerade das wahre. So, wie gesagt. Dann gehen wir uns. Der Typ wieder. Mal gucken, was jetzt die Aufgabe ist. Ja, jetzt heißt es. Ja, so lasse ich es mal. Jetzt ist die Frage, was müssen wir machen? Äh, ja. Das sind wir. Magic Finder? Okay. 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 Danke. Wie gesagt. Oh, was malen. Das ist ein Finder. Was hat es? Ja, ich will. Was ist das? Das ist das Winder. ARRIUS 7400 Na keine Erfahrungspunkte Ah, wir sind jetzt auf dem zweiten Platz ARRIUS Oh ja, was hast du denn hier zu sagen, Master? Heißt 31 Ich frage jetzt, welches Team wird jetzt gemacht? Oh ja, den gewinnen werden wir kriegen Auf zum Turnier Oh, Sabertooth Der Kampf der Dragonslayer Oh ja Ich bin bereit Oh ja Oh ja Da kann der Kampfjahr beginnen So, Counter Größere Angestkraft, das ist gut Oh, Verteidigung runter Oh, und besiegt Fürs Erste, zumindest Oh ja Das ist wirklich so schwierig, was ich zu machen. Ich meine, du hast das, was du wirklich so schwer, hast du wirklich Tahun-Dragon? Du hast ihn nicht verletzt, sondern du hast ihn mit diesen Händen. Du hast das nicht so schwer, was du? Dann zeig es mal. Oh, Angriff. Oh, beide sind betäubt. Oh, ja. Oh, ja. Ja, so einfach lassen wir sich auch nicht besiegen. Oh, ja. Ja, Dragonforce. Oh, ja. Oh, ja. So lange lasse ich mich nicht besiegen. Schaden machen, Schaden machen. Oh, ja. 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 Okay. Das war's für mich. Was ist das? Heißt irgendeine Bedrohung ist im Hintergrund. Also ich soll mit jedem reden? Okay. Du hast ihn ja auch weggeschleudert. Na zu. Du hast ihn ja auch weggeschleudert. 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 Warum sieht er eigentlich aus dem Frosch? Du hast ihn ja auch weggeschleudert. 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 So wie wenn Goethe geht, gegeneinander kämpfen würden, sozusagen. So wie wenn Goethe ist, 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 Ja, das ist das Schloss, das ist Königs. Das war auf jeden Fall kein kluger Weg. Also, die Spiele mit dem Hintergedanken. Das war's für heute. Wenn die Sonne und die Sonne drehen, dann ist es, der 3 Tage, der 7.7 Uhr. Ich möchte, dass du dein Kraft hast, Lucy. 7.7 Uhr. Der Tag der Dramatische 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 Dramatische. Ich gebe es nur hier! Ich nehme es hier! Die Ungruppe? Das ist das Geld. Ich glaube, dass die Ungruppe nicht verletzt sind. Herr Europasglas. Ich habe keine Verletzung. Ich habe keine Stimme. Ich weiß nicht. Ja, das kann gefährlich sein. Ja, das ist nicht gut. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen. Wir müssen die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen. Ja, erst denken, dann handeln. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen und die Spiele gewinnen. Das heißt, wir müssen die Spiele gewinnen und 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 die Spiele gewinnen. Der Kugler hat sich gesagt, dass der Kugler die Kugler gesagt hat, aber Sting hat den Kugler auf die Kugler gehalten. Aber Master ist nicht so weit. Der Kugler hat den Kugler in Kugler. Sie hat den Kugler und Sting hat den Kugler. Er hat sich dann auf die Kugler gegen Master Gehenma. Aber der Kugler hat sich nicht zu tun, dass der Kugler mit der Kugler war, und der Kugler war mit der Kugler. Heißt Erpressung Na was hast du für einen Plan Oh jetzt habe ich fünf Leute zur Auswahl Das ist sehr gut Was wollen jetzt die beiden Aber ich würde sagen Hier mache ich jetzt erstmal einen Cut Und bis zum nächsten Part